Hallo, willkommen zurück bei Ryan und Stella. Moonlight Let's Play, die gehen erstmal ins wissenschaftliche Labor und machen ein Grußkartenfoto zusammen. Ja, klingt irgendwie komisch, die Kombination. Aber das mit dem Resort klappt leider irgendwie nicht ganz so gut. Wir können ja eben nochmal schauen, ob nicht vielleicht doch mal jemand vorbeikam. Ob das einfach nur daran lag, dass wir nicht lang genug gewartet haben. Aber es steht, glaube ich, immer noch kein Mitarbeiter zur Verfügung. Meistens muss er halt erst noch herkommen, aber ich weiß ja nicht, wie lange man darauf noch warten soll. Ich habe jedenfalls schon mal alle Büsche und sowas angepasst, dass es nicht mehr ganz so albern hier aussieht. Das war mir, auch wenn wir es nicht nutzen, wichtig. Ich habe doch alle angepasst, oder wer? Sieht nicht mehr so blöd aus. Yay, dann haben wir eine schöne Grußkarte. Warum sieht die so herbstlich oder so winterlich aus? Warum kommt hier dann keiner? Ich hoffe, hier kommt mal jemand her, dass man hier auch mal einchecken kann. Das ist ja echt blöd, wenn man dieses Resort gar nicht nutzen kann. Meine Alternative, hier findet ja auch nichts mehr statt, oder? Nee. Meine Alternative war, dass wir irgendwo hingehen, irgendwas veranstalten können oder irgendwas anschauen können. Hier gehen wir vielleicht mal ins Kunstmuseum zusammen. Klingt wie ein ziemlich langweiliger Sonntagabend, aber, äh, ja, denen gefällt halt, ne? Muss ja auch nicht jedem gefallen. Gehen wir einfach mal mit Stella da hin, schauen uns ein bisschen das Museum an. Ja. Und dann verbringen wir da ein bisschen Zeit. Wir müssen ja auch nicht ewig hierbleiben. Wow, hier gibt es Bilder. Das ist der Wahnsinn. Hier gibt es nichts anderes als Bilder. Das ist aber ein lahmes Museum. Museum sind doch nicht nur Bilder. Museum sind doch auch Skulpturen und so. Und hier gibt es einfach nur Bilder. Sehr lahm. Naja, schauen wir uns hier ein paar Bilder an. Was sonst? Jetzt sind wir hier. Können wir sie uns auch anschauen. Schau dir mal das an. Du schaust dir das an. Und das. Und das. Und, oh, wir könnten es kaufen. So. Du schaust dir mal den Gartenzwerg an. Was haben wir hier so schönes? Kann man sich hier einfach mal angucken. Oh, hier sind auch noch andere Leute mit hergekommen. Oh, Taschentücher. Der Wahnsinn. Was ist denn das für ein Bild? Das will ich mal sehen. Uh, das sieht ja cool aus. Das Bild ist echt schick. So ein Blitz, der in das Haus einschlägt. Das ist ein echt cooles Bild. Das ist wirklich cool. Ich wäre auch gern ins Filmtheater gegangen, aber leider gibt es da nix. Nix interessantes. Wie sieht es hier aus? Ich gucke noch einmal hin. Sonst gebe ich das hier auf. Und steht immer noch kein Mitarbeiter zur Verfügung. Das ist schade. Vielleicht sollte ich hier auch mal ein anderes Grundstück hinmachen, wenn das nicht funktioniert. Aber ich fand das eigentlich ganz cool. Werde ich mich danach nach einem anderen Grundstück umsehen. Ist ja egal. Besser, also lieber irgendetwas, was auch funktioniert als sowas. Auch wenn es cool aussieht. Und dann wirst du auf jeden Fall noch was Schönes zu Abendessen machen. Ein paar Makaroni mit Käse, würde ich sagen. Und Ryan inspiriert. Stella auch. Ja, und Ryan kann dann eigentlich auch gleich schlafen gehen fast. Wir müssen echt mal unsere Teamkollegen kennenlernen. Weil viel kennen wir ja noch nicht. Und wir sind echt noch... Wir haben uns echt noch nicht gut mit denen angefreundet. Deswegen sollten wir daran echt mal arbeiten. Können wir schon mit jemandem chatten. Mit jemandem, wo es Sinn ergibt. Warte mal, wen kennen wir denn hier so? Mit David Musgrave können wir schreiben. Bis er so spät noch wach ist. Wäre ich nicht zu fassen. Ja, dann macht ihr mal ein bisschen Abendessen, liebe Stella. Dass aber auch hier die Wäsche hinfällt. Ist ja auch ein bisschen doof. Ryan's Wäsche liegt nirgendwo rum. Okay, das ist gut. Dass er nicht irgendwelche Klamotten hingeworfen hat. Müssen wir mal schauen, wie wir hier ein bisschen Schwung in die Bude bekommen. Ein bisschen was Spannendes mit denen erleben können. Das ist ja teilweise echt ganz schön gefloppt hier. Gefällt mir nicht. Und du kannst schlafen gehen. Und wie sieht's aus? Oh, ein winzig kleiner, erahnbarer grüner Strich. Das ist ja super. Dann kannst du hier deine Reste wegstellen. Dann können wir das hier auch aufrollen. Dann können wir auf Toilette gehen. Und dann geht's auch für dich ins Bett. So ein paar Sachen können wir hier reinlegen. Hier Pomelos zum Beispiel. Die Zwiebeln auch. Die Pfirsiche können wir vielleicht im Inventar lassen. Vielleicht möchtest du davon ja mal ein paar Pua essen. Kann man ja mal machen. Die Rauchquarze können wir eigentlich verkaufen. Ich meine, die brauchen wir ja noch nicht wirklich. Wenn wir was brauchen, dann brauchen wir diesen Edelsteinstaub. Und den behalten wir auf jeden Fall. Ja, und die Großkarte habe ich natürlich nicht ohne Grund gemacht. Die können wir hier irgendwo hinstellen. Vielleicht mal hier. Hier ein schönes Bild haben. Kann man das noch irgendwie drehen oder so? Ich würde es gerne drehen, wenn ich könnte. Und das sieht echt hübsch aus. Ist das einfach ein Moonlight Force Hintergrund? Weil das gar nicht so... Ja, es sieht gar nicht so sommerlich aus. Hä, nein, das sieht irgendwie aus wie so ein Weltraumhintergrund. Weltraumhintergrund. Wofür denn das? Da stehe ich jetzt auch nicht ganz. Warum man dann Weltraumhintergrund hinsetzen musste. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber na gut, das sieht gar nicht so hübsch aus eigentlich. Dann haben wir hier ein bisschen was Persönliches. Ein bisschen mehr Persönliche Sachen auch in dem Haus. Das ist eigentlich doch nicht so sehr persönlich gemacht. Weil die beiden auch gar nicht so viele persönliche Sachen haben. Aber es passt halt gut zu ihnen. Es ist ja eigentlich auch viel wichtiger. Dass man erkennt, dass es zu ihnen passt. No. Das muss ich Stella eigentlich mit den ganzen Leuten hier nochmal wieder anfreunden. Weil sie das scheinbar irgendwie verpasst hat. Wir wollen keine Lagerfeuerparty veranstalten. Das ist nicht unser Stil. Na gut, dann gehen wir ins Bett, Stella. Ich finde die Outfit toll. Wenn ihr irgendwie gesagt habt, naja, das Outfit geht gar nicht. Ich style es bitte um. Und mir dann auch einen Vorschlag gemacht habt, was. Dann kann ich darauf leider noch nicht eingehen. Weil ich das alles so ein bisschen voraus aufnehme. Denn wie ihr sicher schon bemerkt habt, bringe ich das. Jetzt bringe ich das Moonlight-Let's Play fast täglich. Und ehrlich gesagt, habe ich mittlerweile gar keinen Bock mehr, mich wirklich jeden Tag hinzusetzen. Und ein paar Videos aufzunehmen. Das ist immer so anstrengend. Deswegen versuche ich immer, möglichst viel im Voraus aufzunehmen. Und dann nochmal ein paar Tag Ruhe haben zu können. Oder mal einen Tag Ruhe haben zu können, wenigstens. Das ist ein bisschen stressig manchmal. Und deswegen, falls es irgendwelche Vorschläge gibt, sie umzustellen. Auch Ryan, John, mach ich das erst später wahrscheinlich. Ja, jetzt müssen die beiden noch ein bisschen schlafen. Die kuscheln wieder schön aneinander. Das ist nicht schön. Und müssen heute auf jeden Fall beide arbeiten. Ich meine, spätestens wenn sie heiraten und dann anfangen, Kinder zu bekommen. Oder eigentlich möchte ich nur, dass die beiden ein Kind bekommen, was dann hier sein Zimmer bekommt. Spätestens wenn sie das machen, wird es hier natürlich wieder ein bisschen spannender. Aber ich möchte doch bis dahin eigentlich noch eine schöne Zeit mit denen erleben. Die werden auf jeden Fall auch Flitterwachen bekommen. Also Flitterwachen, also richtig schöne, luxuriöse Flitterwachen. Können wir mal sehen. Ja, tätowieren lassen. Brauchen wir eigentlich nicht. So Ryan passende Tatoos finde ich nicht ganz so gut. Ah, aber was Ryan auf jeden Fall werden sollte, finde ich, ist muskulöser. Er ist ein bisschen sehr erschmächtig, finde ich, für einen Sportler. Für einen Sportler sollte er doch schon ein paar mehr Muskeln haben. Passt irgendwie besser dazu. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, so in seinen Sportler-Klamotten. Und dann, wir haben hier Käfer im Garten. Und dann hat er halt irgendwie kaum Muskeln. Das sind vor allem irgendwie Halbwasserkäfer. Also, das ist lustig. Okay, dann kannst du schon mal ein paar Waffeln essen, wenn du aufstehst. Warte mal, kommt dieses Vogelgezwitscher von mir, oder kommt das aus dem Spiel? Ich glaube, das kommt von hier. Ich glaube, das hört ihr nicht. Ich war gerade aber ein bisschen verunsichert. Weil das auch so laut ist für mich irgendwie. Keine Ahnung. Das sind, glaube ich, sogar seltene Käfer. Können wir auf jeden Fall mal fangen nachher. Ryan möchte ja auch Krafttraining machen. Da werden wir auf jeden Fall nicht dran hindern. Und dann könnte er ein bisschen muskulöser werden, auf jeden Fall. Falls ihr euch fragt, warum... Also, ich habe auch mal die Fragen bekommen, warum ich so oft auf Pause drücke. Liegt vielleicht daran, dass das Spiel hängt, wie man gerade sehen kann. Es ist 8.33 Uhr und es wird einfach nicht später. Jetzt wird es 8.36 Uhr und das Spiel hängt einfach ab und an. Und wenn man da hin und wieder auf Pause drückt... Ach, ich weiß gar nicht, warum es jetzt so hängen muss, plötzlich. Wenn man ab und an auf Pause drückt, dann wird es wieder besser. Kann man... Kann vielleicht nicht jeder nachvollziehen, weil vielleicht bei jedem das Spiel so scheiße läuft, wie bei mir. Aha. Und manchmal läuft es ja auch besser, aber... Duell ist einfach nicht gut. Und ich hatte bisher auch noch keine Zeit, irgendwie an meinem PC zu arbeiten, meinen Viren-Scan zu machen, solche Sachen. Ich muss die ganze Zeit aufnehmen, ehrlich. Oder ich habe halt nicht so viel Zeit, um den ganzen Tag am PC zu hängen. Das ist gerade auch am Wochenende. Und dann muss ich auf jeden Fall später mal was versuchen. Das nervt mich auch richtig an. Warum dieses Spiel auch einfach nicht gut läuft. Aber ich kann es aktuell nicht ändern. Komm, steh auf Ryan. Danke. Ach. Das ist... Das macht keinen Spaß. Ach. Naja. Dann kannst du ein paar Pfandkorn servieren, auf jeden Fall. Und Ryan kann schön frühstücken. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein bisschen Training machen können, bevor wir losgehen zur Arbeit. Ryan. Dann haben wir ja extra was für ein bisschen Krafttraining da. Machen wir ein bisschen mit Selbstansporn. Klar. Vielleicht bauen wir doch ein bisschen schneller die Muskeln auf. Ich weiß gar nicht, was man als Horoskop-Leserin bzw. als Wahrsagerin braucht, für Fähigkeiten und sonstige Bedingungen. Das können wir ja jetzt noch nicht wissen, wenn wir einfach eine gute Laune brauchen, um zur Arbeit zu kommen, um befördert zu werden. Das werden wir später sehen. Vielleicht ist das doch irgendwas total Doofes, womit Stella überhaupt nichts anfangen kann. Das weiß ich ja nicht. Bald sollten die Teile hier auch mal was ergeben, dass man hier was ernten kann. Aber dauert wohl noch ein bisschen. Hatten wir nicht auch was Neues gekauft? Nee, oder? Gab gar nichts Neues zu kaufen. Das ist natürlich schade. Oh, wie Ryan sich da einfach so an der Stange hochzieht. Sieht schon cool aus. Okay, die Wäsche kommt da rein. Könnten wir auch gleich schon mal eine Wäsche machen wieder. Und du machst erst ein bisschen Frühstück. So wird sich das. Ich finde die Arbeitsoffel toll. Ich finde das cool. Ja. Mach bitte die Pfannkuchen ordentlich. Du musst sie auch essen, wenn du sie anbrennst. Nur, dass du sie weißt. Oh, Mädchen. Ja, dann musst du zur Arbeit gehen. So ist es vor allem auch nicht zu spät gekommen. Ich weiß auch gar nicht, warum sie jetzt so ewig lang zum Kochen gebraucht hat. Jetzt über eine Stunde lang hat sie die Pfannkuchen da drin gelassen. Kein Wunder, dass sie schwarz werden. Ein Butler. Ihr habt Probleme. Ihr wollt einen Butler einstellen. Ihr seid doch auch bescheuert. Kommt in den Müll, die Pfannkuchen inklusive Teller. Nach Frankreich möchte der Wärte herreisen. Aha. Ach, warum möchte ich denn da hinten hingehen? Ich kann ja auch einfach hier das Badezimmer benutzen. Die Wäsche räume ich mal schön auf für die. Wenn ich da mal hinkomme. Lege ich die einfach da vorne hin. Stella. Liegst du dich? Danke. Konnte ich da gerade was hier reintun? Kann ich die Wäsche gerade da reinlegen? Warte mal, muss ich einmal nochmal probieren. Die Wäsche ist ja hier. Ich kann die da reintun. Was ist das denn? Okay. Das wusste ich auch noch nicht, dass ich den Alchemie-Schrank für alles mögliche verwenden kann. Okay, Ryan, das ist genug trainiert. Sieht er denn jetzt ein bisschen kräftiger aus? Naja, nicht wirklich. Aber so viel hat er ja auch noch nicht trainiert. Das wird vielleicht aber der Zeit erst besser. Das heißt, wir können da unsere Feuerwerke reinstecken. Unser Zelt. Unser Teil des Tauchbrunnens. Unsere Grußkarte, die nicht mehr funktioniert. Die können wir ja noch löschen. Genauso wie unser schönes Foto. Das ist leider auch nicht funktioniert. Das Teil können wir da reinstecken. Das da auch. Unsere Expressduschen. Ach, wie schön. Wir können ja einfach alles unterbringen. Das geht auch. Okay. Dann haben wir unseren Mistschrank gefunden. Weiß zwar gar nicht warum. So, warum man da irgendwie alles reinlegen kann. Das ist scheinbar auch nicht begrenzt. Kannst du einfach wahrscheinlich unten in diese Schränke einfach alles reinlegen. Das ist schon cool. Hat was. Ja gut. Dann brauchen wir hier gar keine Kisten oder so. So wie ich das mal für mir rausgelöst habe. Sondern da reicht einfach dieses Teil. Das ist schon cool. Komm mal hier vor, mein lieber Ryan. Einmal nochmal ein bisschen joggen. Bin ich doch mal lieber schweißfrei. Und dann joggen wir zum Auto. Wo steht denn das? Ach, hier vorne steht das. Wo immer das so weit vorne steht. Was ist das für ein Schild? Hübsch. Ja, der Feengarten in sich ist auch super hübsch. Na, geh doch mal zur Arbeit, Junge. Sehr gut. Von einem Mentor lernen. Nee, treff mal lieber deinen Kundenkreis. Ich glaube, das ist ein bisschen wichtiger. Ja. Und dann würde ich sagen, reicht das für die heutige Folge aber auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich freue mich wie immer sehr über eure Kommentare. Also schreibt fleißig was in die Kommentare. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge weiterhin bei Stella und Ryan wieder. Und schauen, was wir da noch so schönes leben können mit den beiden. Ja, also vor allem Fähigkeiten ausbauen können wir mal. Mit Leuten anfreunden. Das ist eigentlich gerade mal wichtig. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.